Hi, wir sind Walten Burkhardt und heute am Malteser Social Day sind wir im Kinderatelier in Eckenheim und unser Team, was da hinten steht, wird heute hoffentlich mit malerischem Talent dem Atelier einen neuen Schliff verpassen und ich würde sagen, dann legen wir mal los, das Team ist bereit, let's go! Hi, ich bin Gwen, ich bin die Projektbetreuerin von den Maltesern und habe hier den Social Day im Kinderhausatelier mitorganisiert und freue mich, dass es jetzt trotz Corona tatsächlich stattfinden kann. Die Malteser haben insgesamt 320 Mitarbeiter aus 20 verschiedenen Unternehmen gewinnen können, die jetzt 36 unterschiedliche Projekte in ganz Frankfurt verteilt heute umsetzen, worüber wir uns natürlich super freuen, dass das alles geklappt hat. Wir haben eine große Hilfe durch die Malteser Social Day, die Firma Beiden und Burkhardt, die Jungs und Mädels malen, streichen unsere Büros und da freuen wir uns sehr, dass sie das übernommen haben heute. Jetzt werden die ersten Wände gestrichen und danach ist auch gar nicht mehr viel zu tun, also wir kommen sehr schnell voran. Die Schweicharbeiten laufen, die Schweißperren auch, aber macht super viel Spaß und ich glaube, dass es nochmal schon was geht. Der Tag hat mega viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass es dem Kinderhausatelier auch gefallen wird, was wir hier produziert haben und hoffen, dass sie in den neuen Bäumlichkeiten sich dann auch in Zukunft wohlfühlen und wir machen jetzt Heueramt.